Tod und Leben sind sich am weitesten auseinander. Keiner von beiden ist Nachbar zur Blüte aus Maraskan. Die Bäre bringt Erneuerung, doch Bären wachsen nicht in der Wüste. Rausch kommt aus Al-Anfa, auf Rausch folgt Betäubung, dieser stammt aus Maraskan. Die Knolle bringt den Tod, das Blatt spendet Leben. Das Leben entspringt dem Virusland, dieses folgt auf das Bornland. Äh, okay. Das hier ist die nördlichste. Ins nördlichste muss Leben, Leben ist das Blatt. Okay, Leben ist das Blatt. Gut. Leben ist das Blatt. Jetzt gucken wir mal weiter. Leben entspringt dem Virusland, dieses folgt auf das Bornland. Also wenn wir im Uhrzeigersinn gehen, müsste das... Ja. Tod und Leben sind am weitesten auseinander und doch ganz nah. Keiner von beiden ist Nachbar zur Blüte aus Maraskan. Also, hier ist Leben. Hier und hier kann ich die Blüte hinkommen. Hier müsste Tod hinkommen, würde ich tippen, oder? Hm. Wir haben noch, was haben wir denn noch? Blüte, Beere, Kraut und Knolle. Lass mich raten, das Kraut steht für den Rausch. Gucken wir mal kurz. Okay, Rausch und... Die Beere bringt Erneuerung, doch Beeren wachsen nicht in der Wüste kaum. Also, die Beere steht für Erneuerung. Dann denke ich mal, dass die Beere... Beere steht für Erneuerung. Okay, die Beere steht für Erneuerung. Was haben wir denn dann noch? Die Beere steht für Erneuerung. Steht dann die Blüte für die Bewusstlosigkeit, für die, äh, Dings. Ja, genau. Die Blüte kommt aus Maraskan. Gut. Die Blüte ist also die Betäubung und der Rausch ist wahrscheinlich das Kraut. Ich speichere hier nochmal zur Sicherheit. Dann denke ich mal, dass hier... Hier kommt dann das Kraut rein. Und hier die Blüte. Nein, halt. Wir müssen es ja genau andersrum machen. Kommt hier die Blüte rein? Ich probiere mal was. Ich nehme das Blatt raus und tue die Knolle rein. Okay, Knolle... Knolle wird hier rot. Blatt wird hier lila. Also, wenn es lila wird, dann scheint es schon mal besser zu sein. Wäre ich hier jetzt die... Oder ist hier Norden? Äh... Hier ist Norden, gell? Wer ich hier das sonderbare Blatt rein tue, wird es dann... Nein. Wo muss ich das Blatt rein tun, damit es grün wird? Hier wird es auch nur lila. Ist die irgendwie markiert? Nö. Also, ich denke mal, dass hier das Blatt rein gehört, weil hier an den Norden ist. Dann kann die Blüte nur hier rein gehören. Ach so, die zeigen mir an, was drin ist. Wenn ich hier also die Knolle rein tue, müsste da rot erscheinen, ja. Okay, tun wir mal die... ...Beere hier rein. Und hier das Kraut. Und zu guter Letzt hier die Knolle. Nein, das war auch nicht richtig. Okay, sammeln wir alles noch mal ein. Okay, davon ausgehend... Hier ist Norden, das stimmt schon mal. Hier muss Leben rein, laut Notiz. Laut Notiz muss hier Leben rein. Weil das der nördlichste Stein ist. Gut, äh... Bla, bla, bla. Gucken wir noch mal. Rausch kommt aus Al-Anfa. Auf Rausch folgt Betäubung. Diese stammt aus Maraskan. Ich gebe nicht auf. Ich beende dein abschönliches Dasein. Also... Entweder hier oder hier... ...kommt die... ...kommt die... ...ääh... ...die Blüte rein und daneben das Kraut. Ah, ja. Obwohl, es muss ja alles umgekehrt sein. Also muss... ...hier wohl das Kraut rein. Hier muss das Kraut rein. Da muss dann die exotische Blüte rein. Hier dann die... ...eigenartige Beere. Und hier die merkwürdige Knolle. Hast du die Komponenten angeordnet? Ich kann... ...mich nicht erinnern. Ich speichere mal. Hast du die Komponenten... ...ein Fehler hätte... ...flimme Freunde... Ja, ich bin mir sicher. Äh... Ich spüre die Wandlung... ...noch einen Augenblick und... Was... ...was ist passiert? Wo bin ich hier? Ups. Äh... Was ist los? Bin ich geschrumpft? Und was sind das für komische Klamotten? Da ist was schief gelaufen. Was hast du getan? Verflucht ist vor... Du hast die Komponenten falsch angeordnet. Unser Geist ist jetzt in Kampanitionen. Hilfe! Verschwindet aus meinem Kopf! Das war falsch. Das ist aber ein interessantes Problem. Das muss ich mal in Ruhe studieren. Transversalis... Wartet! Na... Teleport! Äh... Das war falsch. Laden... Schmellspeicher... Spielstand... Ups. Das wollte ich jetzt nicht auf diese Art und Weise machen. Gucken wir noch mal ins Buch. Gucken wir noch mal. Also... Blühte ist aus Maraskan. Rausche aus Al-Anfa. Die... Das Leben ist aus dem Vierundsland. Das Leben ist aus dem Vierundsland. Dieses folgt auf das Bornland. Okay. Bleiben also noch in die Wüste Korn. Äh Korn. Und das Bornland übrig. Weil die anderen Ingredienzen haben wir ja. Maraskan. Al-Anfa. Also folgt... Kommt vor dem Leben. Was wir ja hier drin haben. Folgt die... Die Beere. So. Dann kommt hier die... Exotische Blüte rein. Und hier das merkwürdige Kraut. Das seltsame Kraut. Das seltsame Kraut. Und aus der Wüste. So. Speichern. Und dann machen wir mit ihm sprechen. Ja, bin ich fertig. Was passiert? Was? Was ist los? Okay, das war falsch. Das war jetzt grad dasselbe nochmal. Äh, ups. Nochmal laden. Stimmt, andersrum muss ich's machen. Das heißt, ich muss hier... Die Beere rausnehmen. Und sie gegen die merkwürdige Knolle tauschen. Und dann muss ich hier das, äh... Die Blute rausnehmen. Und sie gegen das Kraut tauschen. Das müsste jetzt aber richtig rum sein. Hast du die Komponenten? Hast du doch! Richtig gut! Potenz! Es ist voll! Die Sinde sei Dank. Er ist fort. Manche Sachen lässt man wohl besser ungeteilt. Wie der alte Rohrhall schon sagte, wenn du zu tief in deine Seele blickst, start sie irgendwann zurück. Ja, Dunkelmagier. Ich hoffe, du hast deine Lektion gelernt. Sehr gut von euch, die Komponenten in gegensätzlicher Reihenfolge anzuordnen. Dadurch wurde das Ritual zurückgeführt. Nun fließen auch keine Arkane Ströme mehr. Falls euch das interessieren. Ah, sehr schön. Von dich besitzt ihr ein großartiges Verständnis für magische Prozesse. Hier, ich möchte euch diesen Ring schenken. Sehr hilfreich bei der Beschäftigung mit Arkanen Angelegenheiten. Ist das ein neuer Arkan-Ring? In Zukunft werde ich mich lieber anderen Forschungen widmen. Vielleicht würde er kleine Tiere sezieren. Oder große... Lebt... Ein Transversalmisten im Port. Tiere sezieren. Ich würde ihm jetzt am liebsten eine verpassen. Coano. Goldner Ring, Ring des Lebens. Eigentlich was für Ardo, aber so lange trage ich den mal. Ganz frech. Und suche einen Ausgang. Da das hier der einzige Ausgang zu sein scheint. Zudem ich erstmal wieder rumlaufen muss. Los, raus hier aus dieser Höhle voller Verrückter. Und ja, ich weiß, ich bin verpeilt manchmal. Das war schon der richtige Gedanke, aber ich habe sie zweimal falsch rum angeordnet. Aber ein drittes Mal hat es dann doch geklappt. Ich hätte nämlich nicht erleben wollen, was passiert wäre, wenn... Nottl mit den beiden im selben Körper verblieben wäre. Ah... Hier müsste der Ausgang sein. Hier müsste doch irgendwo der Ausgang sein. Ach, Gott sei Dank, da ist der Ausgang, ja. Hier hoch. Aber ich kehre nicht gleich zu Rakoriam zurück. Puh. Sondern... Erstmal speichere ich hier. Und in der nächsten Folge versuchen wir dann mal... ...den anderen Stein direkt beim Steinkreis kaputt zu machen. Und zu gucken, was da für eine Höhle ist. Aber vorher mache ich mal einen Schnitt. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.